Ich wünsche mir euch viel Spaß. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen beim Vortrag X2Go. K-Drive ist released, aber wie ausprobieren. Diesen Vortrag haben wir vorab aufgezeichnet, ich bin aber anschließend im Livestream anwesend, falls ihr noch Fragen habt. Kurz zu mir. Mein Name ist Stefan Bauer. Ich bin der Geschäftsführer der Bauer ITCS UG Haftungsbeschränkt und nebenbei auch noch als freier Autor für diverse Print- und Online-Medien tätig. Aber ich bin auch der erste Vorsitzende des Orca e.V. und in dessen Projekt X2Go gleich mehrfach involviert. Unter anderem bin ich der X2Go-Projektkoordinator und, wenn ich gerade eine Pandemie umgehe, auch der Eventplaner und der Lead Evangelist, also derjenige, der durch die Weltgeschichte reisen darf und überall herum erzählt, wie toll X2Go ist. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch ein Videotelefon für Senioren erfunden, das Brennophon. Dazu gibt es im Anschluss gleich noch einen separaten Vortrag. Für alle, die noch nie von X2Go gehört haben, eine kürze Erklärung. Was ist das überhaupt? X2Go ist eine freie Remote-Desktop- und Remote-Application-Lösung. Frei bedeutet hier, sie ist kostenlos nutzbar, auch in Firmen, und man darf sie sich auch nach eigenem Geschmack anpassen. Den X2Go-Client gibt es nicht nur für Linux, sondern auch für Windows und macOS. Und man kann ihn übrigens nicht nur dazu verwenden, Verbindungen mit einem X2Go-Server aufzubauen, sondern auch als grafisches Frontend, also als hübsche bunte Eingabemaske, für die üblichen Anwendungen nutzen, die unter Linux zum Aufbau einer Verbindung zu einem Windows-Remote-Desktop genutzt werden. Das funktioniert mit der Linux-Version des X2Go-Clients sogar ganz ohne einen X2Go-Server, wenn man das so haben will. Das macht es also interessant für Leute, die sich noch nicht ganz von Windows lossagen können oder wollen. Kurzer Hinweis noch zum X2Go-Server, den gibt es momentan nur für Linux, aber diese Einschränkung ist für den heutigen Vortrag nicht relevant. Ja, wir haben es endlich geschafft, unser neues X2Go-Release rauszubringen, wenn auch pandemiebedingt deutlich später als geplant. Dadurch haben wir es leider nicht mehr ins Debian 12-Release geschafft. Dort sind also nur die Pakete unserer Vorgängerversion zu finden. Wer aber unser X2Go-Stable-Repository einbindet, der bekommt die neuen Paketversionen und Features auch für Debian 12. Welche neuen Features erwarten uns hier? Nun, als erstes natürlich K-Drive, worum es im heutigen Vortrag schwerpunktmäßig gehen wird. Ich möchte aber auch noch erwähnen, dass wir das Zwischenablage-Handling deutlich verbessert haben. Vor allem die Probleme mit der Zwischenablage-Initialisierung beim Sitzungsstart sollten nun verschwunden sein. Und dazu kommen noch diverse kleinere Bugfixes, gestopfte Memory-Leaks, verbesserte Main-Pages, neue Übersetzungen und so weiter. Das Upgrade lohnt sich also. Was ist jetzt K-Drive? K-Drive ist ein neues Protokoll und eine Alternative zum bisher von uns genutzten No-Maschinen-X-Protokoll. K-Drive nutzt eine etwas andere Herangehensweise. NX nutzt einen kleinzeitigen X-Server, um dort die Ausgabe zu generieren. K-Drive verlegt den X-Server auf den Server und zeichnet dann selbst auf den Client, ohne an einen kleinzeitigen X-Server gebunden zu sein. Damit wird es in Zukunft auch öffentlich möglich sein, X2Go Client nativ auf einem Wayland-Client zu betreiben. Moderne Desktops wie Gnome 3 und KDE Plasma 4 und 5, aber auch Anwendungen wie Chrome, Chromium und die Firefox-Version der letzten Jahre, die wurden und werden mehr und mehr auf lokale Performance getrimmt und vernachlässigen dadurch sträflich die Netzwerkfähigkeiten von X11. Deswegen ist das NX-Protokoll hier nicht mehr so performant wie noch vor ein paar Jahren. Einer der X2Go Gründer, der nach wie vor auch aktiv am Projekt mitentwickelt, nämlich Alexander Alex Schneider, hat daher K-Drive erfunden, um auch diese Desktops und Anwendungen unter X2Go wieder performant bereitstellen zu können. K-Drive ist übrigens auch Voraussetzung für den momentan nur als Beta verfügbaren HTML5 Client, da man nun auf die Implementierung eines X-Servers in JavaScript verzichten kann. Und mal ehrlich, ein X-Server in JavaScript, das will doch niemand haben, das wäre ja schon fast ein Verstoß gegen die Genfer Konvention. Ich habe ein kurzes Demo-Video vorbereitet, um den Performance-Unterschied zu zeigen. Wir sehen gleich im Video zweimal dieselbe Webseite in Chromium, links X2Go klassisch mit NX, rechts mit K-Drive. Und wie man sehen wird, mit K-Drive scrollen die Bowser-Inhalte deutlich flüssiger. Wer sich das selbst anschauen möchte, der findet rechts auch den Link zum Video auf YouTube. Ja, und wenn ihr das live ausprobieren möchtet, dann gibt es ein paar Alternativen, wie ihr das machen könnt. Und die schauen wir uns auf den nächsten Folien an. Also, auf zur Installation. Momentan ist zur Installation der aktuellen Pakete und damit des K-Drive-Supports noch Voraussetzung, dass man unser Stable-Repository aktiviert hat. Das entfällt, sobald die Linux-Distributionen unser Stable-Release in E-Release übernommen haben. Hier auf der Folie seht ihr beispielhaft für Debian und Ubuntu, wie man das X2Go-Repository einbindet. Danach kann man auf Server und Client die benötigten Pakete installieren, wie das GZT hier. Und für Windows haben wir eine Preview eines X2Go-Clients mit K-Drive-Support zum Download bereitgestellt. Für Mac OS fehlt es momentan noch komplett. Hier wären noch Sponsoren nötig. Wie man uns sponsern kann, das erkläre ich am Ende noch auf der Folie. Eine Möglichkeit, K-Drive-Support ohne eigene Server-Hardware oder lokale virtuelle Maschine auszuprobieren, ist die kostenlose Google-Cloud. In dem hier verlinkten GitHub-Report gibt es eine Kurzanleitung dafür. Was braucht man dazu? Nun natürlich einen Google-Account, wenn man sonst keine Google-Cloud-Shell starten kann. Einen lokal installierten X2Go-Client. Und einen lokal installierten Tor-Client. Das Ganze basiert auf meinem Vortrag aus dem Jahr 2019 bzw. 2020, den ich hier in der aktuellsten Version, die erstmalig den Weg über Tor statt über einen Reverse-Tunnel und einen optionalen Jump-Post erklärt, auch nochmal verlinkt habe. Was seit damals neu dazu gekommen ist, ist die Anpassung auf Debian Bookworm, also Debian 12. Dann gibt es zwei neue Befehle, mit denen man ein Server-Abbild wegsichern und wiederherstellen kann. Und eben den optionalen K-Drive-Support. Aber erstmal, was steckt denn eigentlich hinter dieser Google-Cloud-Shell? Nun, zunächst einmal ist die Google-Cloud-Shell etwas, was dauerhaft kostenlos nutzbar ist, von jedem, der ein Google-Konto hat. Also im Prinzip jeder, der ein Gmail-Postfach und oder ein Smartphone mit Android und Google Play Store benutzt. Wichtig dabei, für die Nutzung der Cloud-Shell allein ist keine Angabe von Kreditkartendaten notwendig. Nur für die darüber hinausgehenden Angebote von Google, auch da gibt es einige dauerhaft kostenlose, da ist die Kreditkarte nur zur Identifizierung da. Aber nur für die darüber hinausgehenden Angebote braucht man eine Kreditkarte, nicht für die Cloud-Shell. Bezüglich der Features, wir bekommen eine temporelle virtuelle Maschine auf Basis von Docker. Die wird nach so 20 bis 60 Minuten Inaktivität gelöscht. Das Home-Verzeichnis bleibt aber mindestens 120 Tage über das letzte Einlog hinaus erhalten. Und man bekommt noch eine Reminder-E-Mail, bevor gelöscht wird, einmal kurz einloggen und die 120 Tage beginnen von vorn. Diese Host-Maschine, die ist aktuell noch ein Debian 11, also Bullseye Linux in der 64-Bit-Version. Der Shell-Zugriff, der erfolgt via Browser, per HTTPS ist er geschützt und die Authentisierung erfolgt über das Google-Konto, also normale Google-benutzbare-Passwort-Eingabe und halt im Selbstfall noch der zweite Faktor, wenn man den benutzt. Man hat in diesem Docker-Container praktisch volle Root-Rechte mittels Sudo und die virtuelle Hardware besteht mittlerweile aus einem Intel Xeon mit vier Kernen, früher waren es mal bloß zwei, und 2,2 GHz sowie 16 GB RAM mittlerweile, von denen allerdings schon grob 4 GB im Leerlauf belegt sind. Im Root-Verzeichnis sind grob 19 GB frei, im Home grob 4,5 GB und man bekommt aus diesem Container raus auch vollen Internetzugang. Allerdings nur über eine IPv4-Adresse aus dem privaten Adressbereich. Es wird also Network-Adress-Translation genutzt, wie beim heimischen DSL- oder Kabelrouter. Outbauen von diesem Cloud-Server ins Internet geht also alles. Nicht nur Web-Kram, sondern man kann sich zum Beispiel auch per SSH auf welches Server im Internet weiterhangeln. Nur von draußen auf den Cloud-Server zu kommen, ohne diese Web-Konsole zu nutzen, das geht halt erstmal nicht. Es gibt zwar ein Web-Preview genanntes Port-Verwarding von Port 8080, aber das ist nur über eine HTTPS-URL nach Anmeldung erreichbar. Anmeldung dabei übrigens mit dem eigenen Google-Konto, man kann es also nicht mehr weitergeben, die Anmeldedaten. Um diese Einschränkungen nochmal zusammenzufassen. Wir haben durch die Network-Adress-Translation keine von außen erreichbare IP und auch keinen DNS-Namen. Wir haben keine IPv6-Adresse. Und durch die Docker-Wirtualisierung haben wir auch keine Möglichkeit, Kernel-Module nachzuladen. Deswegen können wir auch nicht einfach mal ein OpenVPN oder WireGuard-Klient installieren. Eine Auslagerungsdatei einlegen, das geht tatsächlich mittlerweile, das ging früher nicht. Aber das Root-Verzeichnis ist zum Beispiel auch nicht persistent. Schaltet Google die Maschine aus, wenn man länger als die 20 Minuten disconnected war, dann ist alles weg, was man dort an Daten, Programmen oder Config-Files hatte. Nur das Home-Verzeichnis bleibt die 120 Tage erhalten. Weitere Einschränkungen. Diese Web-Review ist, wie gesagt, nur von dem PC aus erreichbar, auf dem man per Google-Account eingeloggt ist und die Cloud-Shell im Browser geöffnet hat. Da wird ein Cookie gesetzt oder irgendwas. Man kann also diese URL mit den Anmeldedaten nicht einfach weitergeben oder als öffentlichen Web-Server dann irgendwo verlinken. Geht nicht. Und Copy-Paste in dieser Shell geht nur mit Ctrl-C und Ctrl-V. Also genau so, wie man es als Unix-User in der Shell eben nicht machen würde. Das ist eine gewisse Umgewöhnung. Die Nutzung dieser Cloud-Shell als Server ist also, wie man anhand der ganzen Einschränkungen sieht, nicht von Google vorgesehen. Sie funktioniert aber trotzdem. Wie gesagt, ganz ohne Angabe von Kreditkartendaten. Man ist allerdings auf 50 Betriebsstunden in einem 7-Tage-Korridor beschränkt. Das Hauptproblem ist, wie macht man dieses System jetzt von außen erreichbar. Denn wir haben ja, wie gesagt, keine offizielle IP, können keinen VPN-Client installieren und haben auch kein richtiges Port-Forwarding, was wir einrichten könnten. Es gibt nur diese Web-Review. Und die schickste Lösung dafür ist eindeutig Tor, die andere Router. Tor lässt sich nämlich auch als Dün-DNS-Ersatz und zum Überwinden von Firewalls, auch NAT-Firewalls, nutzen. Und Tor funktioniert wunderbar in der Cloud-Shell, anders als OpenVPN und WireGuard. Durch die Nutzung des Non-Anonymous-Server-Modes von Tor kann man die Anzahl der Hops von 3 auf 1 reduzieren und damit sinkt die Latenz auf ein erträgliches Maß für Remote-Desktops. Als Klein braucht man jetzt nur ein Ubuntu 20.04 LTS oder Neuer. Da ist alles an Bord, was man braucht. Ältere Linux-Distributionen oder wenn man Windows oder Mac OS als Klein nutzen möchte, da wird es eventuell komplizierter. Ja, und wo telefonieren wir mit Tor denn jetzt hin? Anders als bei einem klassischen VPN brauchen wir keine direkt im Internet erreichbare Maschine mit einer statischen IP oder Dün-DNS und womöglich noch einen Port-Forwarding in einem Router. Nein, sowohl unser Cloud-Server als auch unser Client wählen sich ins Tor-Netzwerk ein. Und der Cloud-Server ist hierbei über einen beliebigen Port, den wir hier halt auf 222 gesetzt haben und seine weltweit eindeutige Onion-Adresse aus dem Tor-Netzwerk erreichbar. Der Client braucht natürlich auch die Tor-Software, um sich einwählen zu können. Und man muss aber trotzdem die Security im Auge behalten. Die Tor-Adressen bieten einen gewissen Angriffsschutz. Die sind nicht so leicht durchzuprobieren und zu scannen wie zum Beispiel IPv4-Adressen. Dass sich also ein Hacker beim Herumprobieren zufällig auf die Maschine wird, die wir da eingerichtet haben, ist bei Tor im Vergleich zu IPv4 relativ unwahrscheinlich. Trotzdem ist Zwei-Faktor-Authentizierung von einem SSH-Server, der übers Internet erreichbar ist, heutzutage einfach Pflicht. Einen Nicht-Standard-Port zu verwenden, das reicht nicht. Schon gar nicht, wenn er die übliche Port-Nummer mit enthält, was bei SSH22 ist. Die werden halt einfach als erstes durchprobiert. Und ja, klar, man könnte sowas wie Fail-to-Ban nutzen. Damit spart man ein Hacker auch aus, nur blöderweise halt auch mal schnell sich selbst. Deswegen verzichten wir auf Fail-to-Ban und nutzen stattdessen Zwei-Faktor-Authentizierung. Welche Optionen man dabei dann nutzt? Ein SSH-Key-File, ein Hardware-Token oder eine OTP-App auf einem Smartphone? Das ist dagegen eher zweitrangig. In der Praxis sieht das dann so aus, dass man die Installationsskripte in der Google Cloud Shell-Konsole per Git-Clone aus meinem GitHub-Repository auscheckt. Danach muss man noch den Ordner GoPass, den Google manchmal im Home Directory automatisch anlegt, verschieben. Und einen Symmling zu unserem GoPass-Verzeichnis im Git anlegen. Das ist ein Trick, damit man die Executables automatisch im Pfad hat und sie nicht jedes Mal mit vollem Pfad aufrufen muss oder sie jedes Mal manuell nach User-Local-Bin oder User-Local-S-Bin kopieren muss, wenn man sich neu einloggt. Als nächstes muss man die Konfigurationsdatei anlegen. Wie ihr in der ersten Zeile seht, kann man problemlos auch Debian 12 Bookworm im Change-Root verwenden, trotz Debian 11 Bullseye auf dem Host. Server-Use-Root muss mittlerweile auf True stehen. Eine Installation im Home Directory ist nicht mehr möglich, da hat uns Google in den Rechten beschnitten. Und bei Server-Name, User-Name und User-Real-Name könnt ihr frei wählen, was ihr eintragt. Nur, falls ihr halt bisher ein anonymes Google-Konto habt, wäre es jetzt blöd und ungeschickt, dort eure echten Daten einzutragen. Dann seid ihr halt nicht mehr anonym, wenn das Google irgendwann mal findet. Wichtig ist am Schluss jetzt noch das Use-X2Go-Repo-Stable. Damit werden die X2Go-Pakete aus dem X2Go-Stable-Repo gezogen, statt hier aus Debian 11 oder 12. Die Debian-Pakete haben nämlich noch gar kein oder zumindest kein funktionierendes K-Drive dabei. Euler ging ihr natürlich auch, dann zieht ihr die Nightly-Builds. Und danach brauchen wir nur noch die beiden gezeigten Befehle zur Installation und zum Start. Diese Installation, die würde zu grob 8 Minuten dauern, deswegen nutzen wir jetzt aus, dass das eine Aufzeichnung ist. Ich erkläre euch noch schnell, wie die Installation und die Konfiguration von X2Go-Client und Tor-Client funktioniert. Und dann geht es mit dem fertig installierten Server weiter. Die Installation von Tor ist ganz einfach, sofern ihr ein Ubuntu 20.04 oder neuer habt. Genauso tut es ein aktuelles Debian. Einfach sudo apt install Tor Netcat eingeben. Unter Windows sollte es auch gehen, da habe ich es aber nicht getestet. Wo ihr da die notwendigen Programmpakete herbekommt, das habe ich euch hier verlinkt. Und die Tor-Konfiguration, die ist eigentlich eine SSH-Client-Konfiguration. Man muss nämlich nicht das Tor-Config-File bearbeiten, sondern die benutzerbezogene SSH-Konfig. Nochmal ganz deutlich dahin weist, das ist nicht die etc.ssh.sshd.conf, sondern im Home-Dir des lokalen Users im Ordner .ssh. Der Eintrag bei Host ist frei wählbar. Ich würde halt was Sprechendes verwenden, wie hier im Beispiel. Und man muss genau diesen Namen hinterher Mix2Go-Client eintragen. Die Adresse bei HostName, das ist die Tor-Adresse, wie sie von StartServer Tor angezeigt wird. Bei einem erstmaligen Durchlauf muss man natürlich warten, bis CreateServer fertig ist, bevor man sie angezeigt bekommt. Und da ich den Server schon mal installiert hatte, kenne ich die Adresse natürlich schon, kann hier direkt weitermachen. Und schlussendlich muss man natürlich den Tor-Service noch starten, falls er nach der Installation nicht automatisch anlief. Wer jetzt Tor nicht dauerhaft am Laufen haben will, zum Beispiel nur ein begrenztes Datenvolumen hat, der sollte noch nachschauen, dass dieser Service nicht auf automatisch starten gestellt ist. Der Weg dafür, der unterscheidet sich je nach verwendetem Init-System. Die Konfiguration des X2Go-Clients, die ist mittlerweile auch ganz einfach. Ältere Versionen waren da im Zusammenspiel mit Tor noch etwas zickiger. Da muss man mit ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge arbeiten. Deswegen achtet auch beim Client bitte darauf, dass er das X2Go-Stable-Repo verwendet, wenn er ihn installiert. Und falls ihr noch gar keine Sitzung konfiguriert habt, dann landet ihr automatisch im passenden Fenster. Ansonsten geht ihr auf Sitzung, Neue Sitzung und vergebt als erstes einen Sitzungsnamen. Bei Host gebt ihr den Namen ein, den ihr vorher bei der SSH-Kleinkonfiguration in die Host-Zelle gesetzt habt. Und der Benutzername ist der aus der Server-Konfigurationsdatei. Als Port müssen wir 222 setzen. Das kommt daher, dass der Docker-Host schon selbst auf Port 22 einen SSH-Demon laufen hat. Unser Installations-Skript ändert daher automatisch den Port innerhalb des Change-Routes für euch auf 222. Das Kontrollkästchen in X2Go K-Drive ausführen, das solltet ihr jetzt auch ankreuzen. Außer euer Client ist so alt, dass ihr keinen funktionierenden K-Drive-Support habt. Beziehungsweise wenn ihr in der Server-Konfiguration weder das Stable- noch das Heuler X2Go-Repository ausgewählt habt. Zum ersten Test würde ich euch XFCE4 als Desktop empfehlen. Mit dem testen wir auch immer. Ihr könnt natürlich auch GNOM3 oder KDE Plasma 5 auf dem Server nachinstallieren. Dafür, dass ihr das dann nicht jedes Mal neu installieren müsst, wenn ihr dann startet, gibt es dann dieses Free-Server und V-Server-Kommando-Paar. Statt Create-Server nehmt ihr dann beim Start V-Server und nach Stop-Server ruft er noch einmal Free-Server auf. Und da auf der Wandstrecke in die Google-Chaut eh kein störungsfreier Sound funktioniert, kann man den Sound-Support auf der Registerkarte Medien auch gleich noch abschalten. Das spart dann noch ein bisschen Bandbreite. Das Start-Skript, das richtet für uns automatisch den Zugang mit Zwei-Faktor-Udanisierung ein. Den QR-Code für die OTP-App auf dem Handy, das kann der Google Authenticator sein, aber auch Free-OTP-Plus oder eine andere, den kann man direkt einscannen. Gegebenenfalls muss man die Schrift etwas verkleinern und das Bild hochscrollen. Außerdem bekommt man 10 Notfall-Codes, die man sich ausdrucken kann, falls man mal keinen Zugriff auf die App hat. Und zu guter Letzt bekommt man noch die Onion-Adresse angezeigt, unter der der Server zukünftig erreichbar ist. Die bleibt persistent, solange man die Home-Directories nicht löscht. Deswegen kenne ich meine für diese Demo hier natürlich auch schon. Wichtig noch, es kann ein paar Minuten dauern, bis die Verbindung ins Tornetz steht. Also nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn der Connect nicht gleich beim ersten Mal klappt. Um die Sitzung zu starten, klicken wir bei im Hintergrund laufendem TOR-Service und gestartetem X2Go-Client auf die Sitzungskachel und geben das Passwort ein. Nach diesem wird man innerhalb der Cloud-Stelle auch gefragt, wenn man den Server das erste Mal einrichtet. Genauso wird man beim ersten Verbindungsversuch von X2Go-Client gefragt, ob der SSH-Fingerprint stimmt. Das habe ich natürlich auch schon längst erledigt. Dann muss man den zweiten Faktor eingeben. Wir schummeln hier ein bisschen und nehmen einen der Notfall-Codes, damit es schneller geht. Ein kleiner Reminder, wer kein K-Drive nutzen kann oder will, der sollte PaleMoon statt Firefox oder Chromium als Browser verwenden. Der ist über klassisches, NX-basiertes X2Go deutlich performanter. PaleMoon wird automatisch von unserem Installationsskript mit installiert. Mit HTTPS Utrace Mi können wir dann übrigens noch schnell nachschauen, wo denn unser Cloud-Server tatsächlich gerade steht. Man sieht jetzt, wie die Sitzung startet. Ich klicke in der Task-Liste auf den Browser-Button. Firefox öffnet sich mit den voreingestellten Seiten. Und ich wechsle auf den New Trace-Tab. Aha, unser Server steht also irgendwann Brüssel-Belgien. Und man kann das Fenster natürlich auf Vollbild vergrößern. Und dann kann man das Fenster natürlich auf Vollbild vergrößern. Dann dauert es einen kleinen Moment, bis der Desktop die Größenänderung bekommt. Aber gleich ist die Task-Liste auch wieder am unteren Rand und blendet sich aus. Und über das Menü am oberen Bildschirmrand kann ich die Darstellung auch auf komplett Vollbild schalten, so dass die Fenster-Dekoration meines lokalen Desktops ausgeblendet wird. So, und statt mit Passwort und Token kann man sich auch mit einem Key-File anmelden, das durch eine Passphrase gesichert ist. Auch das wird während des ersten Installationsfolgens automatisch angestoßen. Die gewünschte Passphrase wird abgefragt und das Key-File anschließend zum leichteren Aufwinden direkt ins Home-Direct-Dieter Cloud Shell geworfen. Wir müssen es also nur noch herunterladen, an die richtige Stelle auf dem Client kopieren, die Permissions anpassen und die Sitzungskonfiguration umstellen. Hier bin ich jetzt im Punkt SSH-Verzeichnis, dort will ich die Datei speichern. Wie gesagt, man muss danach noch die Permissions anpassen, damit das funktioniert. Dann wird CH-Mod 600, also Schreib- und Leserecht nur für den eigenen Benutzer. Und hier seht ihr jetzt noch im X2Go-Client die Stelle, an der man Pfad und Dateinahme des Key-Files hinterlegen muss. Danach wird kein Passwort mehr abgefragt und auch kein Token-Code, sondern nur noch die Passphrase des Key-Files. Man kann das Key-File natürlich auch in SSH-Agent laden, dann kommt gar keine Abfrage mehr, sondern man wird direkt nach dem Klick auf die Sitzungskachel direkt angemeldet. Auch den Login mit dem Key-File schauen wir uns natürlich nochmal live an. Hier ist jetzt die Passwort-Abfrage, die Pass-Phrasen-Abfrage zu dem Key-File. Die Sitzung startet. Ich gehe natürlich auf dem falschen Bildschirm mehr auf die Aufzeichnung, aber das kann man fixen. Ich schiebe sie hier rein. Und ich gehe dieses Mal vielleicht gleich auf den Vollbild-Modus. Und wir können diesmal aus dem Start-Brenäer auch den Browser starten. Auch das funktioniert natürlich. Also muss natürlich jetzt wieder Werbung einblenden, wo ich eigentlich den Artikel zeigen möchte. Aber sei es drum. Scroll, scroll. Und obwohl das jetzt also Vollbild ist mit 1920x1080er Auflösung, muss man sagen, trotz Tor-Netzwerk, was ja auch Lazenz noch ins Spiel bringt, scrollt das Ding immer noch recht flüssig. Wir können auch noch die X2Go-Webseite besuchen. Oder wir schauen vielleicht mal bei den Tux-Tagen vorbei. Was gibt es denn hier so alles im Programm? Freitagsvortrag, Samstag, Sonntag. Und ein bisschen Ego-Googling, wie man so schön sagt. Hier ist unser Vortrag zu sehen. Und das ist natürlich nicht alles. Wir haben natürlich ein Office-Paket mit installiert. Also ich kann hier den LibreOffice weiter aufmachen. Mal die ganzen Pop-Ups und Hinweise wegschalten. Und dann sagen wir mal hier ein Hello World. Wer tippen kann, ist klar im Vorteil. Das ist noch schön groß. Hier gibt es doch bestimmt auch einen Zentrieren-Button. Genau. Also Office funktioniert auch da drin. Und wir haben natürlich auch hier mehr virtuelle Desktops. Also ich kann hier oben umschalten. Ich habe auf dem Einnetz den Browser laufen. Ich mache nochmal das Office auf. Also auch die virtuellen Desktops, die ein XFCE oder so kennt, werden hier mit unterstützt. Und man muss natürlich nicht alles im Fluss gehen laufen lassen. Ich kann den Browser natürlich auch wieder etwas verkleinern. Und das Office drüber legen. Zack. Dann schieben wir das so hin. Irgendwo kriege ich die Ecke auch bestimmt mal gepackt. Jetzt sieht man schon, dass das Ding auch sehr flüssig resiist. Sich verschieben lässt. Ein klein bisschen Lag ist drin. Das denke ich kommt jetzt hier vom Tor-Netzwerk. Aber es ist absolut flüssig, um darüber zu administrieren. Word-Doc, also Office-Dokumente zu bearbeiten oder ein bisschen im Web zu surfen. YouTube-Videos darüber gucken ist natürlich keine gute Idee. Aber wir haben eh keinen Sound. Das wird also eh keiner freiwillig machen wollen. Sound im LAN ist natürlich kein Problem. Aber auf der Warnstrecke, vor allem auch mit Tor dazwischen, kann ich das nicht guten Gewissens empfehlen, dann den Ton einzuschalten. So, dann hatte ich vorhin ja erwähnt, dass man, wenn man kein K3F nutzen kann oder will, Palmoon als Browser verwenden sollte. Deswegen habe ich jetzt hier mal eine Sitzung vorbereitet, die statt K3F klassisch in X verwendet. Auch hier sind wir nur in einem Key-File unterwegs, das heißt, ich brauche die Pass-Phase. Und dann habe ich die Pass-Phase. Und hier haben wir unsere neue X2Go-Sitzung. Die ist mal klassisch X2Go NX. Ein Tipp übrigens noch, egal ob ihr mit NX oder mit K3F unterwegs seid, macht das Hintergrundbild aus. Also bei XFCE geht es über die Desktop-Settings, wo man dann hier sagt Style None und Color Solid Color, weil eine einfarbige Fläche als Hintergrund eben deutlich schneller zu übertragen geht, wie wenn ihr hier die einzelnen Pixel von irgendeinem Farbverläufen oder so schieben müsst. So, dann auf zum Palmoon-Webbrowser. Der meckert jetzt, dass er nicht Standard-Browser ist. Das ist aber in Ordnung so. Normalerweise nehmen wir jetzt auch den Firefox, wenn wir K3F zeigen wollen. Aber jetzt machen wir doch mal die Tux-Tage im Palmoon. Und zwar gehen wir direkt auf den Veranstaltungskalender. Und ja, also es ist etwas behäbig, sage ich mal. Aber Firefox wird jetzt an der Stelle noch viel schlimmer bokeln und hakeln. Ich mache den Browser wieder zu. Gehen wir zum Vergleich ins Office rein. Ich glaube, es weiter. Und da sind wir wieder mit unserem Hello World. Das läuft relativ zügig, auch mit NX. Das heißt, wenn man nur Office-Kram machen will, kommt man auch mit klassisch NX noch weit. Und dann beenden wir die Sitzung noch ordentlich. Hat er es gefressen oder nicht? Und was ich hier unten noch zeigen kann, man kann diesen Server natürlich auch für mehrere User nutzen. Anders als diese Webfreigabe von der Cloud Shell, die ja nur mit meiner Benutzerkennung jeweils funktioniert, kann ich jetzt jedem anderen, der einen Tor-Client fährt, Zugangsdaten geben, um auf diesen Server zu kommen. Jetzt ist natürlich dieser Server-Name, diese Tor-Adresse, ziemlich lang und besteht aus irgendeinem kryptischen Zeichen. Klar, wenn ich irgendein Instant-Messenger oder sowas habe oder per Mail das versenden kann, kein Thema. Copy-Paste. Aber wenn ich das halt per Telefon durchgeben will, gibt es hier so ein Buchstabier-Alphabet, was einem da angezeigt wird. Wenn man diese Namen, die da rausputzen, Zeile für Zeile, dann in das Tool Reassemble Tor eingibt, was es hier auch gibt, dann kommt man wieder auf diese Tor-Adresse. Das also als kleine Abkürzung oder, ja, ich will nicht sagen Eselsbrücke, aber als kleine Hilfe, wie man die Adresse eben direkt am Telefon weitergeben kann. Ja, damit sind wir mit dem technischen Teil durch. Weiter geht es jetzt mit einem Ausblick auf die nächsten Events, bei denen wir vertreten sein werden. Der Termin für die Jahreshauptversammlung unseres Dachvereins, Orca e.V., ist der 10. Dezember 2023 um 11 Uhr. Auch das wird wieder, wie in den Vorjahren, eine virtuelle Veranstaltung. Und unser X2Go-Jahrestreffen findet an den 5 Tagen danach ebenfalls ausschließlich online statt, also Montag 11. Dezember bis Freitag 15. Dezember, jeweils als Abendveranstaltung. Die genaue Startzeit, die werden wir in Kürze noch festlegen. Und als letztes noch der Hinweis, X2Go lebt vom Mitmachen. Wir sind immer auf der Suche nach Helfern. X2Go kann immer zwei Dinge von euch brauchen, Zeit bzw. Know-how, auch von Nichtprogrammierern, oder Zuwendungen in Form von Geld, Hardware-Spenden oder Dienstleistungsaufträgen. X2Go ist ein Projekt des Orca e.V. Und an diesem Verein kann man, da er als gemeinnützig anerkannt ist, auch Geld und Sachspenden leisten, die sich, zumindest in Deutschland, von der Steuer absetzen lassen. Oder, wer eine offizielle Rechnung lieber mag als eine Spendenbescheinigung, der kann auch eine der im Projekt vertretenen Firmen beauftragen, gegen Geld Dinge für X2Go zu tun, wie Fehler zu beheben, neue Features zu entwickeln, oder die Dokumentation zu verbessern. Wer uns etwas spenden möchte, der kann das gerne über den Orca e.V. tun. Dazu haben wir extra eine Spendenseite bei Wierwunder bzw. Better Place. Spenden kann man dort wahlweise via PayPal, Kreditkarte, JiroPay, PayDirect oder Überweisung. Und die Firmenliste für die kommerziellen Aufträge, die findet man im X2Go Wiki. Der richtige Link ist etwas lang, daher der Umweg über den zugehendermaßen etwas kryptisch aussehenden, Kürzlink mit diesem 0SPNN5 hinten dran. Damit sind wir am Ende des Vortrags angelangt. Ich bedanke mich für das Interesse und stehe jetzt gleich im Livestream noch für Fragen bereit. Ja, ab jetzt geht es hier live weiter, hoffentlich mit halbwegs stabilem Netz, was am äußersten Ortsrand von Röhm halt doch hin und wieder ein Problem ist. Deswegen haben wir den vorigen Teil aufgezeichnet. Ich freue mich, dass wir über 40 Teilnehmer jetzt im Videostream hatten und es gibt ein paar kleine Updates noch. Ein Update zu den Features der Google Cloud Shell. Anders als ich es in der Aufzeichnung gesagt habe, hat man mittlerweile nicht immer vier Kerne und 16 GB RAM, sondern das scheint rein zufällig zugewiesen zu werden. Manchmal bekommt man bloß zwei Kerne, manchmal auch einen AMD EPYC 7B12 statt einem Intel Xeon und diese 16 GB RAM bekommt man wohl auch nur in Kombination mit den vier Xeon-Kernen. Create Server braucht auf allen diesen Instanzen grob sieben bis acht Minuten, das heißt, da ist der Flaschenhals die Diskeier. Auf dem AMD mit den zwei Kernen braucht ein Free Server grob 30 Minuten, ein Thaw Server zwei Minuten. Auf Intel Xeon mit zwei Kernen braucht das Free Server 26 Minuten, Thaw Server anderthalb Minuten und auf dem Intel Xeon mit den vier Kernen braucht Free Server 15 Minuten und Thaw Server eine Minute. Und diese AMD EPYCs, die scheinen in einem Google Data Center in South Carolina angesiedelt zu sein. Die Xeon sowohl in der zwei wie auch in der vierkernen Version dagegen in Brüssel, Belgien. Ja, und jetzt noch einen schönen Gruß an Hans Luft, der die drei Vorträge vor mir gehalten hat und in seinem SSH-Vortrag auch X2Go erwähnt hat. Deswegen ein kürzer Einschub auf Englisch für ihn. Hans, if you're looking for more information regarding X2Go, while most of our videos are in German, we have a few English language videos on YouTube and I would like to recommend these two to dive in. The first one is me explaining X2Go in general. The second one focuses on our latest features. And also in case you missed my comment earlier in your presentation, if you're looking for a fast and responsive browser on classic X2Go NX, use Pale Moon instead of Firefox or Chrome. So I'd really recommend switching to our latest release and activating the K-Drive features. So, jetzt geht's wieder auf Deutsch weiter. Bei unserem X2Go-Jahrestreffen wird's nun wahrscheinlich um 20 Uhr losgehen. Ich hab nämlich bislang keine Rückmeldung bekommen, dass wir früher anfangen sollen. Und damit sind wir auch am Ende der Updates angelangt. Hier sind nochmal die Spenden- und Kontaktlinks. Ich bedanke mich nochmal für das Interesse. Wie gesagt, im Stream hier direkt auf der TUX-Tagesseite waren es über 40, fast 50 Leute teilweise. Auf YouTube wohl ein bisschen weniger, aber sei's drum. Ich stehe ab jetzt vor Fragen bereit, und zwar im Jitsi-Raum. Und im Anschluss an die Fragen geht's dann weiter mit meinem Vortrag zum Granophon. und zwar im Jitsi-Raum. Und zwar im Jitsi-Raum. Und zwar im Jitsi-Raum.